Wenn wir ans E-Biken denken, hat jeder sein ganz persönliches Bild im Kopf. Diese einzigartigen Flow-Momente sind sicher, wenn das E-Bike-System genau auf dich abgestimmt ist. Dafür erweitern wir das smarte System um neue Produkte und digitale Funktionen für mehr Auswahl. Herzlich Willkommen zu den Produktneuheiten von Bosch E-Bike Systems. Das Highlight für die kommende Saison ist die Performance Line SX. Je mehr du gibst, desto mehr bekommst du von ihr zurück. Perfekt also, wenn du gerne sportlich unterwegs bist. Für alle die Fakten bevorzugen. Die Drive Unit bringt bis zu 600 Watt und maximal 55 Newtonmeter. Bei all der Leistung wiegt sie gerade einmal rund 2 Kilogramm. Bei 300 Watt pro Kilogramm ist sie also unsere Drive Unit mit der höchsten Leistungsdichte und leichter und kompakter als alle, die wir bisher entwickelt haben. Du stehst oben auf dem Trail. Es ist deine letzte Abfahrt, bevor die Sonne untergeht. Du liebst das verspielte Handling deines Bikes, weil Leichtigkeit für dich auch Freiheit bedeutet. Die Performance Line SX ist der ideale Antrieb für dein Light EMTP. Zusätzlich haben wir einen neuen Akku entwickelt, der ebenso leicht und kompakt ist. Die neue Compact Tube 400 ist perfekt ins E-Bike integriert und ermöglicht eine schlanke Optik. Die Performance Line SX ist unsere Drive Unit mit der höchsten Leistungsdichte. Die Compact Tube 400 überzeugt mit der höchsten Energiedichte. Konkret bedeutet das, du bekommst einen gerade einmal 2 Kilogramm schweren Akku mit einer Kapazität von 400 Wattstunden. Sollte das nicht reichen, haben wir den Powermore 250 für dich. Der Range Extender ist ungefähr so groß wie eine Trinkflasche und wiegt rund 1,6 Kilogramm. Zurück auf den Trail. Auch jetzt bleibst du im EMTB Modus. Diesen hast du schon vor der Fahrt in der E-Bike Flow App perfekt auf deinen Fahrstil angepasst. Rauf auf den Schotterweg, raus aus dem Sattel. Gemeinsam pusht ihr euch ans Limit und die Landschaft fliegt an euch vorbei. Auch für E-Gravel Bikes ist die Performance Line SX perfekt geeignet. Vor allem in Kombination mit dem neuen Sprint Modus. Er ist der richtige Fahrmodus, wenn du dich bei hohen Trittfrequenzen austoben und steile Anstiege mit hoher Geschwindigkeit überwinden möchtest. Oder kurzum, perfekt für sportliche Gravel-Fahrten. Natürlich kannst du auch diesen Fahrmodus an deine Wünsche anpassen. Mehr Dynamik, mehr Unterstützung oder auch mal weniger. Nur du weißt, welche Informationen auf dem E-Bike für dich wichtig sind. Deshalb bieten wir dir mehr Flexibilität bei der Display-Konfiguration. Schnapp dir dein Smartphone und pass die Reihenfolge der Screens und die jeweiligen Inhalte an. So hast du zum Beispiel die Trittfrequenz und deine Eigenleistung immer im Blick. Um nicht aus dem Flow zu kommen, haben wir die Navigation verbessert. Sie zeigt dir jetzt auch Abfahrten und Abzweigung an. So orientierst du dich ganz nebenbei und der Fahrspaß bleibt im Vordergrund. Solltest du trotzdem mal von deiner Route abkommen, wird dir direkt eine Alternative vorgeschlagen. Denn Umkehren unterbricht den Flow. Du schnappst dir dein E-Bike, trägst es locker die Treppen runter. Noch 20 Minuten bis zum ersten Meeting und du weißt schon jetzt, dass du rechtzeitig da bist. Die ideale Drive-Unit für eine dynamische Fahrt durch die Stadt, die Performance Line SX. Mach dein Smartphone mit dem Smartphone-Grip zum vollwertigen Display für dein sportliches E-Urban-Bike. Wenn du die Kartenansicht öffnest, schlägt dir die E-Bike-Floor-App die beste Route auf Basis deiner absolvierten Fahrten vor. Mit der Darkmap wirst du nachts nicht geblendet und sparst Akku. Auch bei viel Verkehr und Ablenkung kommst du sicher an. Mit der neuen Sprachnavigation liegt dein Fokus voll auf der Straße. Damit du vorher weißt, wann du ankommst, haben wir die Berechnung der Ankunftszeit optimiert. Die Vorhersage ist damit noch genauer. Am Zielort angekommen bewertest du deine Route. Die Empfehlungen für dich werden jedes Mal besser. Sobald du dein E-Urban-Bike ausschaltest, speichert die E-Bike-Floor-App die Parkposition automatisch. Ob dein Meeting eine Stunde oder einen ganzen Tag dauert, spielt keine Rolle. Denn du hast dein E-Bike zusätzlich vor Diebstahl gesichert. Durch das Connect-Modul in Verbindung mit dem Flow Plus Abo bleibst du mit deinem E-Bike immer verbunden. Konkret, Flow Plus gibt dir Zugang zum Premium-Service E-Bike Alarm. Für ein gutes Gefühl, auch wenn du weg bist. Vom sportlichen Fahren zu mehr Entspannung und Komfort. Du lässt dich treiben und erkundest die schönsten Ecken deiner Stadt. Das Wetter ist gut, deine Stimmung auch. Wir holen die Active Line und die Active Line Plus ins smarte System. Die Drive-Units unterstützen dich harmonisch und sorgen für einen fein dosierten Antritt. Damit sind sie ideal für entspannte Fahrten in der Stadt oder spontane Ausflüge ins Umland. Mit Purion 200 vereinen wir zwei Produkte, Farbdisplay und Bedieneinheit. Mit nur einer Lösung kannst du so die Funktionen deines E-Bikes steuern und wirst gleichzeitig mit Informationen versorgt. Um die Navigationsfunktion zu nutzen, kannst du Purion 200 mit einem weiteren Display kombinieren. Kiox 500 zum Beispiel. Unser neues Display ist eng verwandt mit Kiox 300. Allerdings ist der Bildschirm deutlich größer und damit super einfach ablesbar. Ein weiterer Unterschied ist, dass die Navigation mit Kiox 500 Hinweistöne ausgibt. So weißt du rechtzeitig, wann es Zeit wird abzubiegen. Für dein E-City-Bike oder leichte E-Bikes generell haben wir den 400 Wattstunden Powerpack für das smarte System entwickelt. Noch mehr Komfort bietet unsere elektrische Schaltlösung E-Shift. Sie macht Gangwechsel einfach, effizient und bequem. Ohne Ruckeln, ohne Geräusche. So bleibst du im Flow. Wir halten unser Versprechen auch in Zukunft. Das smarte System wird weiter wachsen. Neue Produkte und neue digitale Funktionen bringen mehr Fahrspaß. Ob du sportlich unterwegs sein möchtest, dynamisch von A nach B kommen willst oder einfach nur genießt. Wir wünschen dir jede Menge einzigartige und persönliche Flow-Momente. Wir wünschen dir viele weitere E-Bike. Wir wünschen dir jede Menge in Knoter. Es gibt jede Menge ja, die beiden Geräusche. Wir wünschen dir jede Menge Abenteil und viele Geräusche. Vielen Dank.